Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute mal das Thema Auflösung von Kameras. Ist es in der heutigen Zeit notwendig, dass immer mehr Auflösung in Kameras vorhanden ist? Ja, das ist ein Thema natürlich. Auf der einen Seite Werbefotografie, wo diese großen Prints auf Häuserwänden teilweise 20 Meter lang sind. Und natürlich braucht man eine Menge Auflösung, damit man das auch entsprechend dann gut bearbeiten kann und das am Ende auch gut aussieht, wenn es dann ausgedruckt ist. Jetzt ist es aber so, ich habe zum Beispiel eine Nikon D850, die hat um die 45 Megapixel. Also das ist schon eine ganz, ganz große Auflösung. Es gibt aber auch Kameras, die haben 20 Megapixel zum Beispiel. Und früher, als es in der digitalen Fotografie gerade gestartet ist, waren die Kameras so state of the art, waren so 12 Megapixel. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Kamera, die ich damals von meiner Mutter bekommen hatte, das war eine Nikon D300 und die hatte zum Beispiel 12 Megapixel. In der heutigen Zeit wäre mir persönlich das ein bisschen zu wenig, wenn ich meine Bilder groß ausdrucken möchte. Ja, 12 Megapixel, wenn man das nicht hochskalieren möchte, ist ungefähr ein A4 Ausdruck. Und ich drucke meine Bilder aber auch gerne mal, wenn die mir besonders gut gefallen, dann drucke ich sie auch gerne mal, sage ich mal, in 1,20 Meter Breite aus. Und da sind 12 Megapixel dann ein bisschen wenig. Jetzt gibt es inzwischen Software, die Bilder hochrechnen können von der Megapixel Anzahl. Ja, früher hat man es in Photoshop machen können, hat man dann unter Bildgröße dann quasi das Bild dann hochskaliert. Das Problem war dabei, ist es dann halt natürlich unscharf geworden, weil einfach die Pixel gestretched wurden. Und jetzt gibt es aber Software, die quasi neue Pixel dazwischen rechnet und dadurch wirkt das Ergebnis dann am Ende schärfer. Und Adobe hat inzwischen auch nachgezogen. Das Video von mir kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber grundsätzlich hat Adobe vor ein paar Wochen ein Update rausgebracht. Und jetzt heißt das Ganze Super Auflösung oder in Englisch auch Super Resolution. Und damit ist es euch möglich, eure Auflösung zu verdoppeln. Das heißt, wenn ihr ein 20 Megapixel Foto habt, dann könnt ihr das auf bis zu 80 Megapixel hochrechnen. Und ich werde mir jetzt gemeinsam mit euch mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem werden wir es am Ende auch vergleichen mit einem Konkurrenten, nämlich mit Topaz Gigapixel AI. Und dann werden wir einfach mal schauen, welches Programm besser funktioniert. Ja, also, los geht's. Ich habe mir für dieses Video mal ein Foto rausgesucht, was ich vor kurzem erst in Island gemacht habe, als ich dort war, um den Vulkan zu fotografieren. Und ich habe dieses Foto gemacht mit meiner Drohne. Das war eine DJI Mavic Pro 2. Ich glaube, das Modell war es. Sieht man hier, ist die Hasselblatt-Kamera dran. Hat knappe 20 Megapixel Auflösung, das Ganze. Und wenn ich dieses Bild jetzt mal, ja, theoretisch ein bisschen größer haben möchte, damit ich es wirklich groß an die Wand hängen kann und drucken kann, dann wäre es einfach schön, ein bisschen mehr Auflösung zu haben. Ich weiß, dass das auch damit noch geht. Aber wenn man so 1,50 Meter Breite zum Beispiel haben möchte, also wenn man es richtig groß machen will, dann ist es einfach ein bisschen besser, wenn man ein bisschen mehr Auflösung hat. Und ich möchte jetzt in diesem Video einfach mal ausprobieren, wie diese Super-Resolution von Adobe funktioniert. Tatsächlich habe ich mich jetzt noch gar nicht damit großartig beschäftigt. Also natürlich habe ich es mir jetzt für das Video ein paar Mal angeguckt. Aber das ist ja schon ein paar Wochen draußen, dieses Feature. Und ich habe es mir ehrlich gesagt vorher nie angeguckt, weil ich es nicht so interessant fand. Jetzt allerdings möchte ich es mir doch mal anschauen und zwar mit euch gemeinsam. Dieses Feature findet ihr, wenn ihr in den RAW-Converter reingeht hier. Ich habe jetzt hier wirklich eine RAW-Datei offen und ich kann damit die Auflösung verdoppeln. Das heißt, ich kann jetzt aus 20 Megapixeln knappen 20 Megapixeln knappe 80 Megapixeln machen. Das kann ich hier tun, indem ich jetzt hier auf diese drei Punkte klicke und dann auf den Menüpunkt Verbessern klicke. Dann öffnet sich hier, und das kennt man vielleicht schon von früher, diesen Dialog, den gab es schon vorher, Verbessern. Den habe ich allerdings auch nie wirklich benutzt. Also RAW-Details verbessern. Ja, das macht manche Pixeln irgendwie noch ein bisschen klarer und dadurch wird das Bild vielleicht noch so ein kleines bisschen schärfer. Aber ehrlich gesagt, ich habe da nie einen großen Effekt gesehen. Ich habe das nie wirklich benutzt. Jetzt gibt es hier einen zweiten Menüpunkt. Superauflösung. Also verdoppelt die Bildauflösung. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das müsst ihr einfach nur hier anklicken und dann hier einmal auf Verbessern klicken. Dann dauert das ein paar Minuten. Hier unten steht dann auch immer der Fortschritt. Also das ganze Bild wird jetzt hier verarbeitet. Und das neue Bild wird quasi dann auch einfach in euren Datei-Explorer in den gleichen Ordner gelegt. Heißt dann genauso wie das jetzige auch. Also DJI 0383 und dann dahinter einfach noch Verbessert. Und es ist dann auch wieder eine RAW-Datei, eine DNG-Datei in diesem Fall. So, jetzt ist das Ganze fertig. Ich zeige es euch hier einmal. Hier ist jetzt die DJI 0383 verbessert. Jetzt diese Datei, die jetzt hier noch in dem RAW-Converter offen ist, ist die Original-Datei weiterhin. Ich werde die jetzt auch mal in Photoshop öffnen und dann vergleichen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Also das ist jetzt hier die Original-Raw-Datei. Und jetzt werde ich mal hier noch ganz kurz das einmal die Verbesserte in Photoshop ziehen. Übrigens, sie wird jetzt auch wieder im RAW-Converter geöffnet, weil es natürlich immer noch eine RAW-Datei ist. Öffne ich jetzt trotzdem einfach mal. Ihr seht jetzt hier unten auch schon 79,6 Megapixel. Ja, also wesentlich größer. Jetzt zoomen wir doch einfach mal hier ein bisschen näher heran. Ja, und genau das Gleiche mache ich jetzt hier auch mal. Da gehe ich auch mal auf 100% ran. Das ist jetzt also die Original-Raw-Datei. Ja, wichtig ist jetzt auch, dass ihr das wirklich in höchstmöglicher Auflösung das Video euch anschaut, damit ihr das vergleichen könnt. Und jetzt zum Vergleich nochmal. Das ist jetzt hier die hochskalierte Version, beziehungsweise nicht hochskaliert, sondern viel eher mit Super-Resolution. Ja, es gibt ja auch natürlich die einfache Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte das über Bild und dann Bildgröße machen. Wenn ich hier jetzt einfach mal sagen würde, ich möchte das Ganze auf eine Breite von, naja, sagen wir jetzt mal 10.800, dann machen wir quasi die Auflösung doppelt so groß. Jetzt könnte man es mal miteinander vergleichen. Jetzt haben wir hier wieder den Bildausschnitt und hier den anderen. Ja, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Also wenn ich das jetzt einfach über Bildgröße machen würde, dann sieht man ganz deutlich, dass das hier mit den neu hinzugefügten Pixeln viel besser funktioniert, als wenn man die Pixel einfach stretchen würde. Ich finde aber trotzdem insgesamt, muss ich sagen, ich habe das jetzt bei mehreren Bildern ausprobiert und die Funktion ist gut bei manchen Bildern. Bei manchen Bildern finde ich sie aber auch gar nicht gut. Ja, muss man ganz klar so sagen. Und da habe ich mir noch einen Mitbewerber angeguckt und das ist Gigapixel AI. Ich habe das Ganze jetzt nochmal in Topaz Gigapixel AI geöffnet und habe das Bild jetzt hier auch nochmal reingezogen. Von den Standardeinstellungen her gefällt es mir nicht wirklich, aber ich finde insgesamt das Programm sehr, sehr, ja, klug gestaltigt, weil man hier einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten hat, die man einstellen kann im Gegensatz zu Adobe. Da kann man einfach nur sagen, vergrößere mir das Bild. Und hier habe ich Möglichkeiten. Hier kann ich zum Beispiel auch sagen, wie doll soll das Ganze hochskaliert werden. Hier gibt es jetzt verschiedene AI-Modelle, die ich auswählen kann und gucken kann, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Klicken wir mal auf Standard. Ich bin mal gespannt, wie die verschiedenen Methoden funktionieren. Das wird dann immer kurz hier geladen, wie das Ganze aussieht. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Dann schauen wir mal an, wie Very Compressed aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in dem Fall ganz gut funktioniert. Man muss ganz klar sagen, manche Bilder funktionieren bei Adobe Super Resolution besser, manche bei Gigapixel AI. Also ich habe das jetzt mit verschiedenen Bildern mal gemacht in beiden Programmen und da kommen immer unterschiedliche Ergebnisse bei rum. Also da sollte man vielleicht immer gucken, dass man je nach Bildart die verschiedenen Programme mal ausprobiert. Gehen wir mal auf Low Resolution. Schauen wir mal, was da bei rumkommt. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also Low Resolution ist in dem Fall hier, glaube ich, für die Lava das Beste. Und jetzt kann ich hier in den Settings noch so ein bisschen herum experimentieren. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier Suppress Noise noch so ein bisschen runter regeln vielleicht. Remove Blur. Nehmen wir mal auch noch so ein bisschen weg. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt kann man hier so ein bisschen hin und her spielen noch mit den einzelnen Settings. Jetzt kann ich auch mal hier Zoomen sagen. Ich möchte hier das Ganze mal ein bisschen weiter raus zoomen. Dann kann man es noch ein bisschen besser vergleichen. Und wir haben jetzt aber einfach eine Auflösung von 80 Megapixeln. Das muss man mal sich vor Augen führen. Also man hat jetzt wirklich eine sehr, sehr hohe Auflösung und kann das Bild dann auch sehr groß ausdrucken. Aber wie gesagt, es kommt immer auf das Bild drauf an. Jetzt, wenn ich hier weiter raus zoome, muss ich echt sagen, gefällt mir diese Variante hier in Topaz Gigapixel AI auch sehr, sehr gut. Und wenn man das jetzt miteinander vergleicht, also das Ergebnis mit dem Ergebnis, dann kann man halt immer gucken von Bild zu Bild, was besser passt. In dem Fall hier bin ich ein bisschen zwiegespalten. Da würde ich fast sagen, dass mir das von Adobe besser gefällt. Aber es gibt auch wirklich Bilder, wo mir Topaz Gigapixel AI besser gefallen hat. Diese beiden Programme könnt ihr jetzt mal beide ausprobieren. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ladet euch auch auf jeden Fall mal Gigapixel AI runter. Kann man als Testversion machen und dann einfach mal ausprobieren. Und wenn es euch gefällt, dann kann man ja zuschlagen. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr sowieso Photoshop-Besitzer seid, dann probiert auf jeden Fall auch Super Resolution in Photoshop aus. Ich finde beide Programme gut. Wie gesagt, bei jedem Bild ein bisschen anders, welches Programm da besser ist. Ihr könnt ja generell mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Funktion schon mal ausprobiert habt oder nicht. Für mich tatsächlich war es vorher nicht so interessant. Jetzt tatsächlich mal schon. Wenn ich solche Bilder von meiner Drohne zum Beispiel groß ausdrucken möchte, dann wird das auf jeden Fall für mich interessant. Oder wenn man halt ältere Bilder hat von früher noch, wo so die digitalen Kameras gerade angefangen haben, wo so 12 Megapixel so das Optimum war. Wenn man da noch coole Bilder hat, die man sich vielleicht an die Wand hängen möchte, dann ist das auf jeden Fall eine schöne Variante, die man dann mal ausprobieren kann. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was euch besser gefällt von dem Programm her. Und ob ihr das überhaupt nutzt, ob es für euch überhaupt relevant ist. Weil ich kann mir auch vorstellen, viele von euch sagen, wozu brauche ich diese hohe Auflösung überhaupt? Das brauche ich auch nicht im Nachhinein. Aber es würde mich trotzdem interessieren, ob es viele von euch da draußen gibt, die tatsächlich sowas nutzen oder auch darauf Wert legen, dass vielleicht die Megapixelanzahl auch in der Kamera entsprechend hoch ist, damit man damit dann besser arbeiten kann. Würde mich sehr interessieren. Finde ich sehr, sehr spannend, das Thema. Ich weiß, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt. Deswegen haut es unten in die Kommentare und lasst uns ein bisschen diskutieren. Ich freue mich drauf. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und das Video vielleicht auch mit Leuten teilt, wo ihr denkt, das ist auch für die interessant. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Bild bearbeiten. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.